Sie hören Rosa und Leo von Charlotte Roth, gelesen von Elisabeth Günther, ein Hörbuch des Argon Verlags. Man kann die Menschen nur richtig verstehen, wenn man sie liebt. Rosa Luxemburg. Eine Tür öffnet sich. Breslau, 9. November 1918. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Samt, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben. Rosa Luxemburg. Was ist ein Gefängnis? hatte Rosa sich im Lauf ihres Lebens mehr als einmal gefragt. Alle Antworten, auf die sie gestoßen war, hatten sich über kurz oder lang als nicht ganz richtig, nicht ganz vollständig oder als nicht beweisbar erwiesen. Übrig geblieben war letzten Endes nur eine. Ein Gefängnis ist ein Ort, dessen Tür man aus freiem Willen weder öffnen noch schließen kann. Wann immer die Tür ihrer Zelle in den letzten zwei Jahren geöffnet oder geschlossen worden war, hatten andere entschieden. Andere hatten festgelegt, wann sie aus der Enge der Mauern hinaus ins Freie durfte, sich im Hof die Beine vertreten oder sogar unter Bewachung eine Runde durch die Vororte der Stadt spazieren. Wann sie abgeholt wurde, um Besuch zu empfangen und wann sie in die Zelle zurückkehren musste, damit die Tür wieder hinter ihr verriegelt werden konnte. In den letzten Wochen hatte sie mehrfach in der Rechtshilfeabteilung des Gefängnisses vorgesprochen und darum gebeten, die Tür endlich zu öffnen, um die Insassin der Zelle in die Freiheit zu entlassen. Sie werden mich doch nicht mehr fürchten, hatte sie gesagt. Sie haben jetzt schließlich andere Sorgen als eine zu klein geratene Frau mit nervösen Magenbeschwerden. Karl Liebknecht ist letzte Woche entlassen worden. Mich mickriges Weibsbild halten sie ja wohl nicht für gefährlicher als ihn. Bewirkt hatte sie nichts. Man müsse auf Entscheidung aus Berlin warten, hatte es geheißen. Wie bei allem, um das sie in diesen endlosen Monaten gebeten hatte. Ob sie sich eine Kiste mit Büchern schicken lassen dürfe, könne man ihr nicht sagen, denn man müsse auf Entscheidung aus Berlin warten. Ob sie von Genossen besucht werden durfte, ob ein Arzt sie wegen ihres Magenleidens aufsuchen sollte, ob im Hof ein paar Blumen gepflanzt werden konnten. Für alles wartete man auf Entscheidung aus Berlin. Soll ich eines Tages, ehe ich mich ans Sterben mache, auf Entscheidung aus Berlin warten? Fragte sie sich. Dabei war sie noch viel zu jung zum Sterben, fühlte sich an manchen Tagen noch genau wie als Mädchen. Aufgeregt, gierig, dem Leben entgegenfiebernd und an sämtlichen Gliedern bebend vor Kraft. Auch wenn ihr Körper von dieser Kraft nichts wissen wollte und stattdessen zu glauben schien, sie wäre im passenden Alter für ein Zipperlein nach dem anderen. 47? War das etwa alt? Ihre Mutter, ihr Mütterchen, Mamuschka, die liebste Lieber, war 62 gewesen, als sie gestorben war, und das war Rosa zu jung vorgekommen, viel zu jung. Vielleicht sterben wir alle viel zu jung, weil noch immer viel zu viel Leben übrig ist, dachte sie. Sogar hier, wo es nichts gibt als den Blick in den eisigen Hof und das steinerne Fenstersims hinter den Gittern, auf das sich manchmal ein einsamer Vogel verirrt. Sogar hier, weit weg vom Stürmen und Lärmen der Welt und von Berlin, wo über Leben und Tod entschieden wird. Das Metall des schweren Riegels knirschte. Die Tür öffnete sich. Frau Luxemburg! Ach, Frau Luxemburg! Das Gesichtchen, das in dem Spalt auftauchte, gehörte der kleinen Marie. Schließerin, Wächterin im Gefängnis mit ihren gerade 20 Jahren, das war kein leichtverdientes Brot, schon gar nicht, wenn man ein so empfindsames Herz hatte wie das Mariechen. Sie werden freigelassen, Frau Luxemburg, jetzt sofort! Es ist schon ein Wagen da, um sie abzuholen. Sie müssen nur noch rasch runter in die Rechtshilfe. Über das kleine Gesicht flog ein schon fast seliges Lächeln, und Rosa wunderte sich, dass sie selbst so gar nichts empfand. Die Tür stand also offen. Sie wurde in die Freiheit entlassen, durfte nach 852 Tagen sogenannter militärischer Schutzhaft wieder gehen, wohin sie wollte. In ihre geliebte Wohnung in Südende zurück... ... ... ... ...